Wo genau? Im Haus ganz hinten. Im Haus? Hinter der Admin. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ah! Die laufen da, siehst du's? Hast du die gesehen? Wo ungefähr, zieh mal hin. Die sind grad hier, also von hier gekommen und da hinter gelaufen. Irgendwo da hinten ist zu sein. Pass auf, das waren glaube ich drei Leute, ne? Drei. Du hast einen gesehen, auf den hast du geschossen. Ich hab... Ich hab zwei gesehen. Ah, oder dann werden's dieselben gesehen. Weil, ich hab meine zwei gerade eben hier gesehen. Mach auch neben beim mainstream an. Geht das? Warte, ich guck mal schnell. Siehst du meine noch? Ich seh deinen noch, ja. Ok, dann seh ich deinen. Weil, wie gesagt, meine zwei, die waren grad hier. Hey Jungs, habt ihr den Loot gesehen? Den Drop? Ja. Gönnt euch. Oder kommt uns erst helfen. Ja, wir können euch helfen kommen. Ich seh ihn, ich seh ihn wieder. Aber... Hab ihn. In diese Fresse. Ich kenn das mal grad mit Philipp. Ja, warte mal. Dann geh ich wieder ein kleines Stück weiter hoch. Schöner Schuss, Philipp. Danke. Okay. Da warst du grad eigentlich hier. Ja. Ja. Wir haben von, wenn wir von hier oben kommen, direkt High Ground. Oh, hier wär vorbei gewesen. Lass ja eben einmal rein. Oh, Joe. Lass das mal fetzen. Wir tanken auf den Rückweg. Oh, die Rechte über die Wiese. Willst du hier oben uns abfetzen? Ja, wir können doch noch Bretten bauen. Willst du die Sniper hier absetzen? Ich bin Sniper. Ist das die Stadt da unten? Ja. Da sind die. Wo fahren wir hin? Warte, warte, warte. Ich wurde raus. Reingeboxt. Was, was? Sniper bleiben jetzt hier. Die stehen schon auf der Straße direkt. Eingang. Denke Seite. Die sehen uns schon. Haben die schon gesenkt? Da ist der Sniper. Der zielt mit der K. Auf die Karre, glaube ich. Ja, auf dich, Willi. Oh, ich barge gerade. Was ist jetzt? Double Kill, Alter. Echt? Ja. Nein. Standen die hintereinander, oder was? Ja, die standen direkt hintereinander. Wo waren die denn, Alter? Direkt Eingang. Linke Seite von der Straße. Was? Was? Toll. Kommen wir auch? Nicht nur ich bringe mich mit dem Eisenrohm. Er hat sich selbst mit dem Teilrohm geflacht. Fragt nichts dazu, ja? Philipp, ich fand's nice, wie wir da vorgerückt sind. Ja, ich fand's auch wild. Ich hab mal hier gelaufen, die ganze Zeit. Der eine ist mir voll in die Arme gelaufen. Wo man's hier Richtung Westen? Ja. Westen, Süden. Im Bereich. Seid ihr außerhalb der Welt? Ja. Ja. Bushi, du lebst noch, ne? Da muss Tombo aufpassen, der an dem Stein hier zwischen uns jetzt. Dicker. Da bin ich verreckt. Da liegt Richtung Süden Philipps Leiche. Ja. Tombo ist in Discord. Bei Martin, oder? Wo Tombo? Wo Tombo? Okay. Ah, Willi. Aber du kennst das doch, wenn man Leute anspricht und man liest den Namen. Junge, Jungs, ich komm aus dem Süden. Ich versuch mal, vielleicht als Bambi was zu spotten. Hm? Dick. Sorry, 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 sorry. Okay. Welt im Süden in dem Wald nochmal, das ist ja extra der kleine nochmal, wo noch eine Anrichtung zwischen ist. Ja. Dick, ich glaube da. Okay, schließt du die auf, ne? Dick. Ich lauf da jetzt hin. Vielleicht ist der auch ganz an der Mauer. Das wird mit den 200 Metern hinkommen, glaube ich. Ganz an unserer Mauer? Ach so, ganz außen, meinst du? Ganz außen die Mauer. Kannst du gucken, ja. Das wird, glaube ich, hinkommen. Die Quadranten sind nochmal, weil die vier Meter sind, ist ein Quadrant. Drei Kilometer ein Quadrant. Länge. Drei Kilometer. Drei mal drei. Bald kommt's hin. Ja, ne, dann hat der viel zu viel Berg gehabt. Entweder wir jagen die jetzt, oder warten, bis jeder seinen Loot hat, ziehen uns zurück, und bauen in der Base die Plattform, und dass wir oben rausschießen können. Ich hab ihn. Nein. Er ist tot. Ich hab ihn zerfetzt, Alter. Wo war der Wächser? Der war auf der Mauer. Was? Auf der Mauer? Auf der Mauer. Welche Mauer? Große Mauer? Dennoch ist einer westlich unterwegs, der geflüchtet ist. Was? Er war nicht auf der Mauer. Doch, doch. Also nicht ganz auf der Mauer. Nein, nicht ganz oben. Auf so'n kleinen... Aber dennoch ist... Richtung Westen ist auch einer geflüchtet. Wie kommt der da hin? Wie kommt der da hin? Was ist das? Echt? Hast du? Nein. Nein. Ich hab so einen leisen, ganz leisen Step in so'n Dreck gesehen. Ach, das ist das Spiel. Das ist Fick zu Kopf, ne? Pst, pst, pst. Steps auf Metall. Ja. Bei mir, bei mir, bei mir. Nordwest. Kommt hier hoch, Sir. Leiter vom Turm? Leiter vom Turm? Ja. Leiter vom Turm? Leiter vom Turm? Okay. Okay so. Let's go. auf deiner position ich höre die steps der kommt hoch kommt gleich hier hoch hoch zu uns von meiner richtung aus glaube ich er ist dauernd was emil direkt in den kopf bekommen hat da ich nehme den military crew mit davon haben wir nicht so viel ich nehme die tragen auf wieder gepolter ein gepolter zombie packt das hier mal ein müssen aufpassen dass er uns nicht abhängt was war man da rucksack drin nichts den helm nehme ich mit ja ich gehe mal bei der garage gucken 20 prozent kann man noch retten gut geschossen danke ich laufe jetzt den berg hoch richtung kirche er ist nach hinten gemoved andreas man sieht den gerade nicht dabei was ist nach hinten weg richtung ist natürlich dann wieder im prinzip ja auch wieder richtung groß brede richtung große gut geben orientiert sich das christliches ran pushen oder nicht schwierig alles klar ja christian ok christi gibt es zurücklaufende von oben dann gehe ich jetzt weg gehe ich jetzt wieder also ich bin auch gleich wieder da ich mein stuff noch direkt auf deine leise es gibt sich halt da mache ich ja im zack zack und raus gebäude ist so cool das brauchen wir unbedingt mal das muss uns locken das ist mit tombo wahrscheinlich kann sein ich schleiche jetzt hier auch noch hier alter verpestigt er hat wieder gekriegt an der wood cabin außerhalb und innerhalb außerhalb er ist tot hä wo hat er denn gepiegt ich habe diese ecke komplett mit war links auf der plattform haben wir eigentlich die möglichkeit ranzukommen selbst close ja könnte ich sein achtung der bild hat glaube ich aggro auf dich mit tombo achten ich bin ein person ist gestorben bei uns gerade aus kirk ist er aus sino c4 hier ist doch irgendwo ein ms 180 schütze aufpassen ist der michael er hat den vor uns west-nordwest hat er gerade immerhin getötet baby aus der aus der base oder nicht jedes was benzer aus 150 metern maybe auch westhanger von spencer haben wir die bullenkarre abgefuckt die steht hinten im fischer dorf wir hatten alexander den könig im turm schreibt arthur grad was weil er geschrieben hat ob wir gerade ähm er wollte die werfen hahaha ach fuck my life der hat die granate was 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 ist in der gruppe weil arthur hat geschrieben ob wir er hat ihr stress am erfeld gemacht haben so ein bisschen ihr hattet alexander den könig im turm aber der hat sie zieht mit einer granate gemacht er wollte die werfen alter hatte man ja wochenende mit als gastspielernehmer ich mag den kerl eigentlich weil kommt einer zu mir hochgelaufen sondern das bin ich bitte easy ach das bist du ja ich bin noch nicht er hat mich der feuerschutz meine waffen waffen habe ich nicht da oben irgendwo liegt hast du sie weg jetzt haben wir noch zwei gegner südwesten richtung sniperstein wo ist der sniperstein besten bruder langweil mir jetzt nicht ich lauf rum in den wald wo der sniperstein ist ist hier schon mal wieder aus dem aus dem ding das war ganz nah bei mir weiter richtung weiter richtung alter der hat mich gerade tot verband der hat mich gerade ordentlich erwischt habe ihn sehr schön gucken das müsste dp2k sein gleich sehr gut bester man willi was haltet ihr eigentlich davon wenn wir noch zu ding runterfahren zu dem zum 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 day und da weiter doctecken haben gestern auf gehört ok ja der wird bestimmt nachgelegt haben aber wir haben wir haben diesmal willi ja ich habe gestern für ein goldenes schloss paar läufe gebraucht schwierig ja die letzten zwei also das letzte war ein goldene schloss das war das malige die anderen vier silberne habe ich davor easy geknackt schnell und dann ziehe ich ja alleine hat mich ordentlich erwischt weil ich hätte zwei verbesserte die fliegt ja das war aber nicht er ist ein wahlreicher Du? Ja, das ist er. Ja, das ist er. Was denn schnell? Jo. Zweiter Versuch ist offen. Echt? Echt? Keiner Typ. Ja, dann Abzug. Hier war eine improvisierte Metallkiste. Ich tanke den Lachs noch. Da war es drin. Improvisierte Metalltruhe. Und Safety Pinboxen und Benzinkamister. Oh, ach du bist Alex. Ich verliere es. Sonst. Danke. Nein. Check. Haben wir ein Auto. Treffpunkt Base würde ich sagen. War aber close am Airfield schon, oder? Ich sehe den Typen. Hab ihn only. Tot. Aber ich bin schnell weg jetzt, gell? Happy only, oder was? Nee, einfach only. Ich gehe jetzt runter. Ich glaube nicht, dass der Typ halt auf dich geschossen hat. Aber sieh mal jetzt ja noch gleich. Kontakt im Wald rechts vom Fischerdorf. Croucht am Boden, dritte Baumreihe hinterm Zaun. Okay. Glaubst du, das sind das? 400 Meter, 500 vielleicht. Ich bin unten jetzt. Oh ja, ich werde zurückbeschossen von einer anderen Position als der. Ja, also es sind zwei in dem Wald, rechts vom Fischerdorf. Fliffy. Jo. Wann kommst du? Versuche mich gerade einzudrücken. In der Base, ne? Du hast es nicht bei uns im Westhanger geschossen, oder? Nee, das hat er vorher noch gemeint, war er nicht. Dann war hier ein Schuss Klaus bei uns. Magazin 30 von 30. So, ich bin safe. Ich gehe kurz pissen, Alter. Ich mache mir in die Hose. Oh. Viel Spaß und Erfolg. Südlich movement, südlich vom Osthanga, äh, ich meine östlich vom Osthanga, läuft auf den Osthanga zu. Check. Höre ich. Läuft in den, äh, will wahrscheinlich in den Nordenwand. Ja, ich höre es. Jetzt. Ich höre einen Scheiß-Schuss einschlagen. Wumm. Uuuuuh. Hehehehe. 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 Rulettes sind eigentlich wie solche. Weil der Server wahrscheinlich voll ist und Auto fahren. Ja, beim, ja. Dann werde er im Auto. Ich hab noch nie so teleportet wie er heute, Mann. Event Punkt Punkt Punkt. Happy Horny Harry und Red Bull sind im Event. War dir. Und hat das Auto schon zerrissen? Hehehehe. Was? Hoppla. Hoppala. 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 nach osten sich kontakt verloren auf nach osten ja nordosten ist er gelaufen läuft wieder nordosten worden sich kontakt verloren 2 war ja wo sie sich kontakt laufen weit richtung frischer sie haben ich glaube gesehen stehen wieder hinter bäumen laufen weiter einer dot comi senpai ihre geht raus der andere läuft noch oben und doch ich sehen 700 meter läuft wieder westlich oben es ist der kämmer die in c1 unten links irgendeine base spieler bei mir gegenüber unten osthanger mit kontakt das glaubt gemacht war es ein kill confirm gekriegt schießt noch mal drauf 20 punkte wusste dass ich da übersteppen kann jetzt wieder wach alter noch einer oben südseite oben die fenster von außen durchschießen ja jack aus thang bis sie nach süd eingeschlagen siehst du den jetzt nicht mehr wo war der letzte sicht oben relativ mündlich kurz gesehen und so nicht das fenster normalerweise schon auch bei mir im 282 ap schuss auf mich ja okay er ist da immer ja erst du den ja ja hinten großschau hab ihn d7 dj 7 sticks pro ok noch einer unten roh nicht pro rumäne noch einer unten jetzt soll ich ranfuschen oder was bist du oben negativ südseite oben ist nur ist es ist auf ich muss nachladen ich sehe auf die schüsse auf dich schula 3a tot 7rp der hatte 70 punkte gibt mir noch das trommel meck das da am boden lag da liegt kein trommel meck war da nicht irgendwo eins bei dir im ding aber das ding ist nicht vor dem geschossen von da also da wurde ich ja gekillt ne ich starte auch die ich habe eine base hoch ich will das ziv nicht umsonst also geholt haben ich klipp das alles ich töte am ende auch wasser ja ich würde auch gern wasser ich bin das kommt fahrer von west nach dem osten schwarzer pick-up oder kam pick-up wieder auf dem airfield schwarzer pick-up bist du nicht mit der fiel ich fahre südenparkplatz lang schwarzer pick-up ist jetzt nördlich ich habe geschossen ja tschüss geht im pick-up noch nicht wo bist du wo bist du pick-up ist jetzt nördlich ah der fett fischhaken fett in den wald rein kommt zu dir rüber willi ja warte mal was ist hier noch ich habe auch zombie geschossen hey ähm ich hätte hier zwei zwei m1 laderahmen gefunden Alex krieg dich krieg dich und nimm einen suppressor yeah geil ja echt viel wir sind auf platz zwei jungs ja wunderschön wir sind gegangen in der ich bin gestorben wo auf dem weg zu diesem see von einem typ mit einer mp5 aua ich wollte eine base hochjagen im base das c4 hat so in deinen rucksack ja du morgens willst du ja ich weiß wo sind die wo sind die direkt im norden im wald hinterm zaun hinterm zaun also nicht weit die neue position wo ist die ich sehe ich hinterm zaun ich hatte keine zeit um meine waffe einzustellen wie viel meter sind das will ich weiß es nicht keine zeit gehabt 2 300 liegen die offen ja der war relativ offen 300 200 ca ja sehr schön war einer von denen im norden waren das mehrere ich habe nur einen gesehen ja check ich schon wick down da läuft ein bambi weiß ich ob das gleiche ist da kam jetzt noch ein schuss hin oder ja dann war ich das ne ne der habe ich auf das andere wo sind denn die ganzen mäus hier alter ihr könnt ruhig ein bisschen mehr gehen da draußen ich habe auch langweilig sind nix oh wie ich habe das bambi mit der m82 nur gehittet wo nördlich nordostlich im wald Bart ich habe ihn in den oberschenkel geschossen da ist jetzt kein oberschenkel mehr ist da richtig mit der pilgab am airfield check höre ich die richtung ersten durch richtung osten er weiß der pick-up er dreht wo fährt er hin wieder zurück zu uns auf der rollbahn oder er parkplatz osthanger ist er rein ja ich fährt rein any key penguin tot lol hast du den nicht aus dem fadern ausgemacht doch doch ich habe auch einen trytime ausgeballert hohoho ich treffe noch ein net hinterher Achtung Peter nicht so nah hin okay die gingen in den lufthof wer ist da oben ohne freie bambi ich also oben ohne bin ich besser alter maniac tot admin ich habe drei gemacht alter ey wenn die tür offen ist vom auto kann ich doch einsteigen ein Paar willi du tier alter das musst du klippen ich nehme alles auf doch das auto ist offen doch das auto ist offen isanüz